heute machen wir renntiere aus eisstäbchen dafür braucht ihr drei holzstäbchen in derselben farbe zwei wackelaugen und einen roten pompom dann klebt ihr die drei stäbchen so zusammen wie ich es euch zeige wenn die holzstäbchen aufgeklebt sind klebt ihr den pompom drauf dann fehlen nur noch die wackelaugen und schon ist euer rentier fertig wir haben hier noch eine andere variante gemacht tschüss so 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 so